Musik Wir waren heute bei Elder Scrolls Legends Was ich dazu sagen möchte, ich fand es auf jeden Fall sehr cool, wie das Ganze aufgebaut war Ich habe sehr schnell ohne Tutorial, ich bin am PC gegangen, habe mir das angeschaut und ich habe es einfach super verstanden Es hat mir einfach gefallen, wie das Spiel aufgebaut war, es war sehr einfach, dieses Kartenspiel Und ja, das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, dass man sehr schnell reingekommen ist Ja, zum Feeling, wenn man jetzt zum Beispiel Skyrim gespielt hat, dann sieht man halt zum Beispiel den Draugr als Karte Und man ist halt total in diesem Elder Scrolls Universum und es ist halt ziemlich schön gemacht Man hat diese ganzen Erinnerungen an die früheren Teile und an die neueren Teile Und es sind sogar manche Charaktere wirklich rein übernommen worden Und so gibt es halt auch wirklich schöne Sachen auch für Fans Ja genau, was ich auch noch sehr gut anzumerken fand, halt eben diese Designs von den Karten fand ich sehr schön gezeichnet auf jeden Fall Da haben sie wirklich sehr aufwendig dran gearbeitet Und ja, das war so mit Magica, also dieses ganze Kampfrundensystem fand ich auf jeden Fall sehr cool Und sehr schlicht gehalten und ja, auf jeden Fall super Und zur Zeit ist sogar eine Beta am Laufen Ich raised das auf jeden Fall Und dann sei hier auf geht es sogar über Ch Miriam Und um,'m kitti Und dann keine Sprecher Und dann kann uns auch mal Dass über diefeeding Und dann mal